Are you ready? Jetzt ernsthaft, dein Name ist der letzte Scheiß, der klingt ja fast wie deine Geschlechtskrankheit Und dein Style, der ist ja richtig schwul, ey cool, ja bist du Neo Julias kleiner Bruder? Aber ey, du tust mir riesig leid, du machst ein Video welches ohne Skills nicht reicht Du bist so Standard, ich reite gern auf Pferde, wird jemand das aufnehmen, wird es keiner merken Jede Vibe sagt bestimmt, dein Style ist geil, ach meine Freundin hat das gleiche Kleid Yo, ich hoffe, dass du die Fresse hältst, du bist vielleicht teilt, aber kein Exenmensch Und du hast einen Kameraden, der hat was zu sagen, nein hast du nicht Yo, hier ist der andere letzte Teil der Exenmensch, meld mich mal zu Wort, denn Duja ist dein Hurensohn Zieh mal die Sonnenbrille ab und rap nicht auf dem Parkhausdach Eyo Duja, hast du nen Bruder? Ja? Dann kennen wir ja schon zwei Hurensohne Ihn und dich! Schiech Ach und falls es wem aufgefallen ist, ich bin KASS 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 Untertitelung des ZDF, 2020